Hallo liebe Unterfreunde, wo ist der Bauhaus hier heute? Kommt doch an der Knollen, wo wir da Kompost für mein Blumen können. Kompostkontort wollen wir in dieser Woche jetzt Kulpenknollen pflanzen. Dann wird das Kompost in, dann wird die Gruppe, dann wird er gearbeitet mit dem Klingelrotor und geplatzt. Die Erfurter, Brünger für die Tulpen. So, mit dem Wetterbericht wird auch für diese Woche gut aussieht. Im Nebel und am Abend Sonne mache ich da noch mein im August gesätes Ufa 200 zweijährige Grasmischung. Das erste Mal und ich hoffe, das gibt dann einigermassen Silage. Ich probiere das anzuwelken. Wollen wir sehen. Berlin 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020